So, die Frage ist jetzt, wie komme ich da gescheit rum? Ich bin das letzte Mal, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, von der anderen Seite gekommen, von da hinten irgendwo. Und habe erst die da drüben ausgeschaltet. Vielleicht sollte ich das wieder so machen, weil das hier ist mir zu heiß. Muss ich sagen. Weil ich will die Scharfschützen da nicht haben. Das ist alles ein bisschen tricky hier. Da ist auch noch einer. Ja, da. Gut, ich schnappe mir erst mal die Typen hier, die ihren Scharfschützen gewähren. Die Finch nehme ich extrem unsexy. So, da ist auch noch einer. Den kann ich ablenken. So, ich werde die jetzt alle mal niederschlagen. Das ist mir jetzt mal egal, ob das jetzt schön oder albern ist. So, die müssten nämlich eigentlich relativ... So. Kann ich mir nämlich den hier schnappen. Da dürfte mich eigentlich auch keiner sehen. Ich hoffe es zumindest mal. Ich warte nochmal, bis die sich umgedreht haben. Wer weiß. Na komm, dreht euch um da hinten. So. Nee, ich bin die lieber los. Hab meine Ruhe. So, dann haben wir nämlich jetzt hier auch eine Waffe freigeschaltet. Dann hole ich mir, glaube ich, mal die Plattform her, wenn das geht. Hallo? Jetzt geht's, hoffe ich auch immer. So. Wunderbar. Komm, dreh dich um. Ich komme gleich zu dir. Na, komm mal nicht zu nah, mein Freund. Oh, scheiße. Oh, nee, er bleibt hier stehen. Sehr schön. Der andere kommt jetzt wahrscheinlich hier rüber, ja. Dann muss ich noch warten, bis er hier sich wieder umdreht. Und ich brauche... So. Dann kann ich mir nämlich erst mal die da drüben schnappen. Beziehungsweise erst mal den einen hier. Dann den anderen, weil das kriegen die da drüben nicht mit. Ist jetzt zwar nicht die feine Englische, ist mir jetzt aber egal. Ich muss nur mal gucken. Doch, ich mache das lieber, wenn er da vorne steht, glaube ich. Ja, wenn er hier steht, schon mal gar nicht. Warte mal, bis er sich wieder da nach vorne begeben hat. So, dann den gleich noch schnappen. Oh, jetzt nicht runterfallen. Oh Gott. Was wäre es jetzt noch gewesen? So. Hier ist zwar auch eine Kamera, nur das Problem ist, hier komme ich nicht ran, weil hier ist noch eine... Ja, hier sind noch ein paar Fässer davor. Jetzt könnte man das natürlich auch locker von hier aus hinkriegen. So. Aber man könnte es jetzt von hier hinkriegen. Aber ich habe lieber meine Ruhe. Ehrlich gesagt. Und gucke jetzt erst mal... Wie weit läuft denn der? Der läuft hier hin, aber... Der andere dreht sich ja quasi schon wieder um. Da! Upsi. Oh, da drüben ist noch einer. Scheiße. Ja, komm her. Was ist das? Komm her. Er kommt her. Okay, ich weiß nicht, vor was du Angst hast, aber es ist ja lustig. Jetzt komm doch mal her, Mensch. Ja, noch ein bisschen näher. Ich will jetzt hier nicht sprengen, sonst spreng ich mich selber in die Luft. Wow. Scheiße. Wer ruft denn hier Verstärkung? Scheiße. Ach, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Es lief so gut. Voll in der Sabber. Das gibt's doch nicht. Hier klappt aber auch gar nichts. Ja, sucht ihr mich mal hier für Spaß. Ja, scheiße, wa? Boah, jetzt kommen hier 5.000 Leute. Ich glaub es nicht. Ich muss mal warten, bis die sich wieder ein bisschen verteilt haben. Scheiße. Ach Mann, das ist so nervig. Ja, die haben mich schon fast wieder gesehen. Ja, weck mich. Scheiße. Das ist so ein Dreck. Ganz ehrlich. Das gibt's nicht. Wie viele kommen denn da noch? Ach, das ist ein Dreck. Ich hab einen übersehen. Einen verblödeten Mistkerl. Was sind die denn da oben? So, warte mal. Kamera? Kann ich die Kamera mal bitte hacken? So. Wow. Die ist ein Penner. Ich will doch wissen, wo die sind. Ja, Target's gone am Arsch. Jetzt sind die alle da oben. Ja, komm mal runter hier. Dödelbacken. Kommt her. Hier bin ich. Was seid ihr denn? Sind alle da unten? Oder wo? Ja, ich bin hier. Wo seid ihr denn? Da oben? Oh Leute, das langsam wird's albern, oder? Ach, da drüben. Komm her. Bist du? Ah, ist so dunkel hier. Das ist echt schlimm. Hallo? So, und wo zur Hölle bist du jetzt? Du bist da hinten irgendwo noch. Es ist so verdammt dunkel auf diesem Fernseher. Das gibt's gar nicht. Glaubt mir keiner. Nee, der ist über mir. Hä? Bist du denn? Na toll, jetzt fährt er runter. funny. Watch your back, you can't be farr! Ach, hier bist du. Blindfisch! So. So, da ist aber noch einer. Also was heißt einer? Aber da vorne ist noch ein Auto, glaube ich. Aber ich glaube, das kann mir jetzt mal egal sein, oder? Da vorne, das Auto fährt noch rum. Ah, jetzt kommen sie rein, wa? Jetzt kommen sie rein. Warum auch immer jetzt erst. So, die muss ich auch noch loswerden, weil wir hier reinkommen, habe ich ein Problem. Es ist nur die Frage, ob sie den Eingang finden. Die fahren aber immer nur hier außen rum. Ja, Leute. Ah, jetzt kommen sie. Und jetzt steigt ihr aus, oder? Die fahren hier einfach nur rum. Ich glaube. Ja, ich glaube, das kann ich entspannt angehen lassen. Ich hoffe es zumindest, wenn nicht muss ich da hier sofort wieder raus. Okay, hier haben wir zumindest wieder, oder keine Zeitvorgabe. Das ist ja schon mal etwas. Was macht ihr? Ich habe echt Angst, dass die jetzt hier aussteigen und mich abballern. Dann muss ich die ganze Scheiße wieder für vorne machen. Das wäre halt eher uncool. Ah, die fahren hier nur wie bescheuert rum. Die sind echt so blöd, mich zu finden. Gut. Dann hoffe ich mal, dass die mich jetzt nicht erkennen, weil ich muss hier sonst wieder alles von vorne machen. So, let me think. Ah, da, da. So. Supi. Dann sind wir sogar schon drin. Das ging schneller, als ich dachte. Oh, da kratzt einer unseren Namen hier rein. In einen Spiegel. Ja, wir sind der Rächer. Das sieht aus wie Blume-Surveillance. Ja, natürlich. Was denkst du denn? In a romantic comedy, the elevator would break down and we'd fall in love. In a porn, we'd fuck like gorillas. If the elevator broke down, obviously. Come on, up top. No? All right. Okay, ich hab das dunkle Gefühl, die beiden passen irgendwie nicht so ganz zusammen. Okay, was auch immer der Typ da treibt. Und mich wundert es ja so ein bisschen, dass es Aiden wundert, dass, ähm, dass die hier Privatwohnungen überwachen. Hallo? Er hackt sich in jegliches Handy, jegliche Wohnung, alles rein und wundert sich dann, dass die Regierung das gleiche macht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich und unglaubwürdig. Sogar die Recycling-Tonne wird überwacht. Wer schmeißt was weg oder wie? Ja, töten sie alle Wachleute oder entkommen sie aus dem Gebiet? Ich entscheide mich mehr lieber fürs Entkommen. Aber wenigstens ist es jetzt wieder hell. Ist doch schon mal nice. So, schwimmen kann er ja, Gott sei Dank. Ich hoffe jetzt, wir kommen hier irgendwie weg. Ich sah jetzt nur die Leiter, da dachte ich mir, das nutze ich doch mal. Wunderbärchen, jetzt ist nur die Frage, wann sind wir aus dem Gebiet draußen? Achso, jetzt sehe ich den weißen Ringen. Das war vorher nicht so gut zu erkennen. So, ich bräuchte mal eine Fortbewegungsmöglichkeit. Das wäre extrem geil. Hier wäre auch wieder so ein kleines Minispielchen. Aber ich glaube, mit der Fortbewegung, das wird nichts. Die suchen uns immer noch hier. Ja, ihr werdet mich hier auch nicht sehen, Leute. Hoffe ich zumindest. Okay, das Gebiet ist groß. Komm. You can do it. Nice. Flucht erfolgreich und jetzt müssten wir ja auch genau die beiden Dinger hier freigeschaltet haben. Dann hole ich mir... Ja, Racine interessiert mich jetzt nicht. Ich will ein Auto. Nein, ich will ein Auto. Voll der Skill. Ja, aber ich will doch immer noch da hin. So, ich will ein Auto. Verdammte Axt. Nein. Auto, Auto, Auto. Auto, Auto. Äh, Sayonara. Ah, warum nicht? Ja, wie? Da auf der anderen Seite? Ja, du bist ja lustig. Das hätte ich mir auch sparen können, mein Freund. Shoot. Jetzt muss ich da erstmal hinlatschen. Super Sache. Komm ich hier vielleicht hoch? Nein, ich komme hier nicht hoch. Damit. Und da vorne stehen natürlich schon wieder Autos. Und hier fahren anscheinend auch Busse. Jut, das hätte ich mir jetzt sparen können. Egal. Ja, wir sind ja auch hier ein guter Rächer. Ja, man kann das Ganze hier ja auch böse spielen, aber da muss man echt wirklich die ganze Zeit nur Scheiße bauen. Oh, apropos Scheiße bauen. Also manchmal, ja, Ubisoft, ne? Wir bringen einfach mal ein Spiel raus. Es ist zwar unfertig, es hat ein paar Bugs, es hat Autos in der Fahrbahn, aber läuft. Ah, herrlich. So, mal gucken, was wir hier noch freischalten können. Dann mache ich aber auch erstmal wieder ein kleines Päuselchen, wenn ich hierhin gefahren bin. So, ah, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Da laufe ich gerade mal kurz... ...hier rein. Genau, das ist nämlich genau richtig hier. Dann, äh, Leute, entriegele ich das hier noch schnell. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dennne dann. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Do something. Do something.